Gut, klar. Quality, wie immer. Ich find den Server nicht. Hä, bei mir sind... Hä? Wir haben Nazi-Freature aus. Dann geh ich mal in die Freundesliste bei meine Freunde drüber, meine Freunde unter Parry. Du hast Freunde, du hast Freunde. Ich glaub, wir sind keine Freunde. Passwort, Dennis, eins, zwei, drei. Oh, ist die auch nochmal an? Fuck. Oh mein Gott, ich bin Traitor. Oh mein Gott, ich bin Traitor. Du hast so blutunter laufende Augen. Nein, Alter, Marvin. What the fuck, du rutschst beim... Ich hänge. Nee, jetzt nicht mehr. Du bist gerade einfach bei mir hier so lang gerutscht. Unlucky. Unwork. Next Michael Jackson. Das kann nicht jeder. Philippine is not my lover. Jetzt hab ich genau gesehen, Peric, was du da gemacht hast. Direkt bauwöl, Alter. Aber Marvin, ich möchte gerne an dir vorbei, Marvin. Marvin, was geht? Marvin, ich möchte an dir vorbei. Morvin, 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 Morvin. Ey, ich werd's blöd angeguckt. Darf ich den abschießen? Hä? Nicht deine Eltern, die das schon vorher abknallen müssen. Was macht denn Chris da? Chris macht schon wieder irgendwelches... Chris ist schon wieder dreckig, Alter. Geh weg von mir. Nee, das war dreckig. Was? Ich dachte, du wachst den Fall. Kann das sein, dass René ist? Oder war das troll? Nein, Powerful hat ja vorhin gesagt, er hängt. Da wollte ich ihn eigentlich rauspacken, aber... Warte, 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 war das... Ist Powerful drin? Nein, der rennt hinter mir her. Mit einer Crawlbar in der Hand. Sicher? Powerful? Ja. Okay, gut. Sicher, dass das Crawlbar ist? Warum? Ich geh lieber weg von Chris, Alter. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiß-Privatfäde wieder. Ja, ja. Vielleicht steht da auf einmal hinter mir und jagt mir den Stalin. Ah, der rennt hinter mir. Da willst du Snipe rausholen, das hab ich da genau gesehen. Rausholen? Nein. Nein, Rausholen. Egal, wo ich hingehe, überall ist Chris, Alter. Das ist doch nie normal. Hi Chris. Hallo, ich bin, äh... Hallo, ich bin, äh... Hallo, ich bin, äh... Hallo, ich bin so fett, äh... Ich sitze im Kino auch neben mir, ne? Oh, Marvin! Perfekte Akustik-Sitzplatz. Weil du einfach überall sitzt. Hallo, Marvin! Alter, was ist mit Powerful los, ey? Äh... Der Powerful ist ein bisschen crazy. Alter, ich... Wirklich, ich komm hier raus, ne? Und ich seh den schon wieder direkt, Alter. Du bist doch echt... Wer? Was machst du da? Ja, dich hier. Was machst du hier? Nein! Kroneleuchter! Du hast doch bestimmt Baby oder so. Perfekte, Alter. Warst du dat? Marvin? Was? Warst du dat? War ich was? Mit den Kroneleuchtern. Powerful, hast du gesehen, wer dat war? Nee, gar nichts. Nee, was hast du da gemacht? Wenn du dich gesehen hast, du konntest nicht direkt sein. So. Ähm... Ohhhh! Jemand ist gestorben! Oh, da ist jemand gestorben! Wir hatten ja nicht mal RIP. Marvin! Powerful! Perfekte Akustik! Nein! Ich war das nicht! Nein! Perfekte Akustik! Perfekte Akustik! Perfekte Akustik! Perfekte Akustik! Perfekte Akustik! Perfekte Akustik! Ich bin's nicht! Safecord! Ich bin's nicht! In der D ist jemand, gell? Perfekte Akustik! Der geht weg von mir, Alter! Ihr wollt mir dat anhängen, aber lass ich mich nicht anhängen! Chris! Du hast bestimmt Marmel umgelegt! Nein! Hab ich nicht! Du guckst genau in die Ecke hier, Mann! Welche Ecke? Wo denn? Das ist doch Powerful, Mann! Hä, Alter! Wieso bin ich denn jeder?! Chris! Was ist los mit dir? Wie zufrieden? Stopp! Du treibst unsere Privatfeder ein bisschen zu weit! Keine Ahnung! Das ist nicht cool! Ja, Safecall du bist es! Nein! Ich bin's nicht! Safecall! Wie Safecall bist du dir? Wie Safecall bist du dir? Wie Safecall bist du dir? Nein! Warte, warte, warte! Das war ich nicht! Das war ich nicht! Auch wenn Chris geschrien hat! Und normalerweise ich immer dafür verantwortlich bin! Aber das war ich nicht! Chris! Hi Chris! Chris! Also... Irgendjemand hat Chris, glaub ich, getötet! Ja, ich war das einfach nicht! Womit wurde denn getötet? Was war das? Ja, ich war das nicht! Die Safecall... Ferricut! Rocket Launcher noch! Okay, Powerful ist safe! Oh mein... Das war nicht extra! Das war nicht extra! Was war nicht noch'n D-D-D-D-D-D.. D-D-D-D-D, expans! Lane? Jetzt ha.... Soll. Unter, wo rennst du rum, ey? Wo rennst du rum? Boah. Alter. Kämpfe wie ein Mann! Und das, obwohl er den ersten Arbeitsschluss daneben setzt. Alter, der René ist so ein Antimate, ne? Ja, ja, hier liegt Chris. Oh ja, der wird abgestochen. Geil. Das ist natürlich klar. Denk nicht, war das. Das war ein Anlass. Ich fand das viel schöner, wie Chris geschrien hat. Obwohl er den Life abgekriegt hat schon. Ja, der Chris, der hat da sowas. Da kriegt der nicht abgestellt. Deswegen ist es eigentlich nicht worth, Chris abzustechen, weil der immer noch holen muss. Ich drehe mich halt um, ich will halt gerade noch was sagen. Und dann, äh... Ja, und dann ist halt noch ein Meter vom weg. Ich wollte gerade sagen, dass... Ey, ich schwebe! Ja, bei mir schweben... Ne, bei mir schwebst du nicht klar. Ich bin voll in der Luft. Ich bin mit dem Kopf in der Decke. Ne, bei mir nicht. Ne, hä? Du hast eher Luft im Schädel. Achso, ne. Ich bin immer wieder auf dem Boden. Das hat dann zurückgekommen. Ja, hallo! Hä, ist Chantau jetzt auch mal im TS, oder? Ne. Alter. Boah, Alter. Der Pizza-Boy. Wie, wie hab ich nochmal gekauft? Als Traitor mit C, ne? Ne, mit V. Alter, hast du wirklich so lange schon nicht mehr mitgemacht, dass du halt nicht mehr weißt? Das ist ein Wunscherz. Ich wollte gerade anspinnen, äh, darauf, dass ich Traitor bin. Au. Der hätte Kronenleicht da runtergehauen. Ich bin mir nicht sicher, Chantau. Ich glaube dir das nicht. Ich bin übrigens der nur. Also hier ist auf jeden Fall Detective-Sign richtig... Ich weiß noch letztes Mal. Da war doch die Folge, wo Chris einfach Rene mit dem Revolver weggewollert hat, Alter. Das war richtig geil, Alter. Boah, das war cool, Alter. Er hockt sich da hin und auf einmal macht's nur Knall und dann ist er weg. Er macht's Knall. Schäpper-Bumm. Wer ist denn? Weg! Nicht hier oben. Fack. Wer ist denn hier drinne? Marcel schickt direkt in raus. Ja, weil keiner mehr Licht ausmachen soll. Alter, wo ist deine Sonne? Alter, deine Sonnenbrunnen ist durch. Wie soll dann keiner da Licht anmachen? Weil ich es dunkel mag. Geh! Geh mal bitte weg. Wow. Nein. Geh mal bitte weg. Warum? Sag mir einen Grund. Bist du in Inno? Dann gehst du weg. Oh Mann. Das ist fies. Das ist unfair. Weißt du? Du, du, Alter. Warum bist du denn dunkel so? Warum bist du? Alter, Powerful im Ernst. Jan, du hast mitbekommen, dass Powerful, äh, Perkett hüttet hat. Oh mein Gott, Alter. Da kommt mir auf einmal Marvin entgegen, ey. Jetzt krieg ich die Kronleuchte an den Kopf. Abgestoppt von Marcel, glaub ich. Alle für mich Traitor. Verpisst euch alle von mir. Ahahahahaha. Warum bist du hurt, Marvin? Völlige Eskalation. Hast du mir gerade zugehört? Nein, hab ich nicht. Erst hab ich die Kronleuchte an den Kopf gekriegt. Und dann hat mich Clur angeschossen. War Kronleuchte? Ja? Kann ich schon, oder? Nee, nicht unbedingt. Manchmal backen die auch. 25 damage gemacht, die Kronleuchte. Clur hat ein bisschen mehr gemacht. Ja, sorry. Das war keine Absicht, Marvin. Das sollte nicht auf dich gehen. Also, der ist unten in den Dingens gelaufen. Äh. Kümmer. Oh mein Gott. Ich hab... Ich glaub, das ist gerade einer gestorben. Ja, glaub ich auch. Jan, lebst du noch? Nein, Jan. Also, ich glaub, du bist du noch, ne? Nein. Ja, ich bin noch. Gut. Alter! Jetzt haben wir... Ich hab wenigstens getroffen. Hatte ich die Musik getroffen? Nein, aber du hast noch keinen Headshot bekommen. Ja, du... Du schon. Und also bist du tot. Alter. Rotz mich jetzt so weg von der Seite. Ich kämpfe wie ein Mann. Ich kämpfe wie ein Mann, du Memme. Oh shit. Boah! Alter. Was ist jetzt passiert? Sag... Boah! Und der Grunzer guckt mit seiner Waffe nur in mein Gesicht, ey. Ja, und dann guckt ihr beide weg. Guckt beide weg. Zieh den Rocket Launcher. Ich lass euch noch eben kurz das gute, äh, gute Stück begutachten. Und dann, äh, hab ich das in euch reingelernt. Ja, der, der... Janne ist halt nächstes Level, die Tick gefördert. Vor allem Powerful. Ich schieß dir ins Gesicht, da kommt Blut und du kriegst kein einzigen Damage. Ja, ja, ist manchmal buggy. Mein Powerful immer schon so gewesen. Wenn man mal ein Powerful abschießt, dann geht der nicht. Alles klar, mein Name ist schlecht. Komm her. Ja. Kannst du weggängen? Alter! Ich komm nicht weg. Du kannst halt nur auch eine Deagle spielen. Alter, die Gänge sind immer so dünn, ne? Ja, reicht ja, ne? Da pass ich Fettsack nicht durch, Alter. Ja, ich hab zwei Schlüsse gebracht für dich. Ja. Leider. Fuck, Alter. Gibt's irgendwie keine Deagle, also... Bin ich useless auf der Map. Gibt's eigentlich irgendwie keine Deagle, oder so? Du kannst auf jeden Fall versuchen doch mich zu schießen, Paul. Äh... Dreh! Sag mal, was ist eigentlich mit Jan? Der redet gar nicht. Aua! Das ist es! Alter! Hä? Hä? What the fuck? Das war's nicht. Hä? Was zur Hölle? Was zum Teufel? Warum ist Chris einfach tot? Hä? Ja, aber warum? What the fuck? Alles gestorben. Wow, das war ja Roleplay, Alter. Next Level Roleplay. Grüß dich süß! Ich knall den einfach ab. Alles klar, René. Hier liegt ne Aave. Irgendwer hat dir ne Aave fallen lassen. Peric. Hä? Du hast ein Peric. Wahrscheinlich René, du Pfeife. Nein, nicht René. Warum sollte man denn ne Aave wegschmeißen, einfach so? Es ist ein Peric. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Nein, ich bin's nicht. Ja, okay. Warum hast du denn die Aave gefunden, Alter? Nein, ich bin's nicht. Nein, ich bin's wirklich nicht. Hey, Peric. Hey, Peric. Hey, warum? Warum? Warum so? Wo soll ihn die Aave gelegen haben überhaupt? Unten. An so ner, ähm, Leiter. Unten an ner Leiter. Ja, hier unten. Da oben liegt René. Ja, ist es safe call, Chantau oder Peric? Nein, die Aave... Warum bist du's nicht, Marvin? Weil er irgendwie getötet hat. Ja, Marvin ist safe. Ja, Marvin ist safe. Was ist mit Jan? Was ist mit Jan? Tatao? Tatao? Was ist mit Jan? Ich hab doch auf René geschossen. Was ist auf René geschossen? Was ist auf René geschossen? Ihr checkt mir das nicht an. Nee, nee. Gut, sei es unten. Ist es Chantau oder Peric? Peric ist das, Mann? Oh. Es gibt drei Traitor? Oh, ich dachte, nachdem Peric tot war, könnte es nur sch... Es gibt drei Traitor. Oh. Na gut, ne? Also, ich hätte da auf meine... Das geht auf meine Verwirrungskappe. Okay, dann ist es gut da. Marvin, es ist gut da. Hörte diese... Blinde Misk. Ah! Alter, was war das für ne Aave? Ohne Scheiß. Was war das für ne Aave? Wegen was für ne Aave werde ich einfach gecallt, Alter? Was ist los mit euch? Ja, René ist eine Aave. Alter, da liegt irgendwo ne Aave und ich werd gecallt. Einfach so random. Ja, vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Die liegt irgendwo und ich werd gecallt. Hä? Na. Ja, und dann werd ich gecallt oder was? Hä? Das ist doch kompletter Quark. Hallo, das Cleur hatte ich gecallt. Das ist Cleur. Ja, ich weiß. Ja. Cleur. Das ist so... Deswegen? Ja gut, aber die Aave kann... Hä? In dem Moment hab ich nur gedacht, dass die Aave jemand falsch ist. Die Aave war trotzdem... Ja. Aber die Aave war von René. Ich hab dich nicht deswegen abgeschossen. Ich hab dich abgeschossen, weil noch zwei Trader am Leben waren und der... Ja, ja. Nee, nee. Das ist mir schon klar. Das ist mir... Das ist mir schon klar, warum nicht. Ich würd sagen können, dass ich Trader war und die Aave vielleicht kaufen könnte. Nee, es geht einfach... Es geht... Letztendlich geht's nur darum, dass Cleur als erstes davon ausgeht, nicht dass es Renés Aave war, sondern direkt meine. Meine. Ja, ich hab... Ich hab noch nicht mal... Ja, aber warum denn ich... Ich hab ja noch nicht mal was gemacht, Alter. Ja, genau klar, Alter. Schnellmann! Powerfull, du beschwerst dich, weil ich instant eskaliere. Ja, René, das war schon, ne? Ja, ich hab Powerfull abgestochen und deswegen muss ich ja Chris töten, weil er runterlaufen wollte. Der Marvin einfach oben fiel! Peric absticht! Einfach so! Diese Aave ist so kackig! Ich hab grad den Warten, die Aave. Ähm, dann ist es... Keine Aave? Dann ist es Chris. Chris, was ist es? Ja, das ist es. Du bin ich es denn, Mann. Ja, nein, Cleur. Cleur ist inno, vertautete, dann tot. Wie? Au! Ja! Das ist es. Mega Hate! Einfach mal Peric abgestochen. Wer ist es? Chris! Okay. Ich bin grad. Ja, dann kriegst du nicht mehr so, dass er was sagt. Hat die grad... Hier piepfas, oder? Auf so Malz verloren. Ah! Okay. Hier piepfas, oder? Plup! Der hat ein Raketen-Warp, oder? Der hat ein Raketen-Warp, oder? Anti-Mateur. Hold the door! Der oben lang? Ich. Dann Tau. Was denn? Hey. Ich wollte nur sicher gehen, dass du noch lebst. Das ist nicht vorhin? Das erste Mal hab ich nach oben gelaufen, oder? Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Oh! Wo ist er? Wo ist er? Bist du nicht tot? Oh lol, Alter wie schnell ist's schon, doch. Alter, bei so einer Map, ne? Ohne Scheiß. Ich glaub dir denn alle, ihr schloss Holzköpfel an. Ey, die rolle geht zehn Sekunden lang, du siehst rot und dann direkt, äh, go für. Schieß halt einfach mal wild um mich. Ohne wird's in zu den Schneeball gekauft und mich in zu den Atom. Ich hatte's... Ja, 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 das ich in den Raum hier sofort abgeknallt. Vorhin hat das halt nicht mal drei Sekunden gedauert, ne? Drei Sekunden, da war halt direkt einer tot. Da fuck, Alter. Dann wird Peric open, wird abgestochen. Jaaaa! Der wenigstens zwei Leute, ey. Ja, wow, einen. Und stirbt der. Ich denk so, ja, ich werd... Ja, gut, ich werd Traitor. Dann gehst du mal nach oben und legst mal C4 oben hin, weißt du? Ne, direkt 40 Leute tot, wenn er aus dem Bad rauskommt. Jaaaa! Das war ja bei mir auch so. Ohne Scheiß. René stirbt und ich seh nur vier Leute tot. Einer Dete, einer Proof. Toll. Kannst dich direkt erhängen. Da kannst dich wirklich direkt erhängen. Echt so, ja? Da brauchst du auch gar keinen Rollpay mehr machen, Alter. Ja. Wenn die alle schon Proof sind oder Dete. Da musst du unbedingt mal Dete ausstellen, Alter. Wenn dann erst bei neun Leuten oder so. Ja, oder weniger Traitor. Ach, das ist halt so ne Kackzahl irgendwie. Echt, Peric liegt halt als Kind. Als Kind? Ja, hier ist ein Bild von dir. Oh. Glaub mir. Dann würdest du sagen... Oh, weil der so süß ist. Einer, du ekel Paket. Ey, du bist der Peric. Jaaa! Wo willst du ein Ei legen? Wo willst du ein Ei legen? Tatao, guck mal, das ist Peric. Hm. Warum geht der Spiegel hier eigentlich? Alter, Chris, du lichst in einer Badewanne? Tatao, guck mal. Was hier ist mit hier? Ich will mit der Ferse durch den Abfluss drücken. Ich seh da gar nix. Guck mal, was hier ist. Echt? 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 Er kennt man das jetzt besser. Was für ne Badewanne eigentlich? Guck mal ab, Junge. Es ist aber noch falsch rum. Guck mal, wie ihr wisst mit welcher Badewanne der Peric. Guck mal, der will die Glokation von Christler machen. Alter, da ist ein Penis. Da ist ein Penis. Echt? Das ist ein Zeichen für ein rotes Zeichen, Peric. Ich hab mich nur gewundert, was für ne Badewanne ihr gesprochen hat. Ich kenn nur eine Badewanne hier. Was ist das denn für ein Penis? Ja, aber warum möchtest du das machen? Der Chris, da hast du das? Nee, Chris. Na, Peric. Na, Peric. Na, Peric. Einfach ein Penis. Wo bist du? Ja. Aber wir veressen halt nicht so ein Monster. Chris, guck mal, Chris, guck mal. Versuch dein Glück mich abzustecken. So schnell kannst du dein Messer gar nicht zücken. Ich will zack ihn nacken. Ich bin schneller als mein Schatten, mein Freund. Hä? Schneller als mein Schatten. Wenn du das Messer ziehst. Klar, guck mal hier. Das ist Peric. Du kannst mich damit nicht töten. Ich weiß. Auch wenn du es noch zu sehr versuchst. What the fuck, Alter? Geht hier ab? Jan. Ah! Guck mal. Guck mal. Von Powerful und Chris hatte anscheinend keine Angst. Ja, ich hab... Na, warum hast du keine Angst? Normalerweise bist du so... Das ist ausländisch, ne? Ja, ich seh ja dich. Du bist ja der Einzige, der hier so rumzappelt. Der Powerful, der hampelt zu viel rum. Ich glaube, der Powerful ist auf jeden Fall eh noch. Bibi! Wo ist das Bibi? Kommt schon jemand tot? Nee, ne? Kommt nicht. Marvin ist noch hier, da sind noch alle am Nebenlauf. Mhhh... 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 Wat? Wat macht ihr Chris und Peric? Nix. Ich hab ein bisschen gesuppen mit Chris. Na, geil. Wir haben da sowas einstudiert am Wochenende. Haha. Was mache ich hier eigentlich? Haha. Was mache ich hier eigentlich? Haha. Alter... Was macht ihr eigentlich hier? Habt ihr irgendeine Funktion? Hä? Hä? Hey, hier ist Blut. Clur, lebst du noch? Jan, lebst du noch? Eric! Oh mein Gott! Eric! Ich glaube, Clur ist tot. Ich möchte nur noch mal kurz Props an Clur's katzenartige Reflexe raushauen. Halt die Fresse! Vor allem, das Geistes immer Powerfull und Clur waren mit uns im Raum und Chris und ich haben einfach beide instant abgestochen, Alter. Die konnten nicht mal irgendwas sagen, Alter. Die waren einfach rib. Alter, ey, viel zu gut. Oh, ist das schön. Das war schon gut. Ihr ritmig, Korki. Alles klar. Ja, warte mal, das war auch Korki, Alter. Das war Null-Korki, das war einfach mega, das war einfach mega gut gemacht. Wo ist der Chantau, der alte Knecht? Ich weiß es nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Ach, da bist du. Ja, warte, ich komm. Hoia! Hoia! Wo bin ich denn hin? Hä? Bleib an dem Sofa hängen. Ich bin jemand, der im Schatten wandelt. MLG-Sofa. Du wandelst im Schatten. Man, Alter, geh mal hier durch mit deinem fetten Ass. Wo ist fucking Chantau? Hä? OOOOOOOH! Fuck! Alter! Alter! Wie der Chantau, wie der Chantau den Christ sieht, ne, von oben runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wie der die Arschmacken zusammengekriegt hat. Ey, warte mal, wie soll ich noch Katze einmal auf der Plexe haben, wenn wir vier Leute im Raum sind. Und zwei davon sind Traitor und ihr sprecht euch nie abgeschoben. Das war schon, das war schon geil oben. Vor allem Christen, ey. Wir haben einfach so ne Synergy, Alter. Ja, wir brauchen nicht mal irgendwie uns ansprechen. Ich hab ja einfach nur so angeguckt und dann dreht sich die Powerful gerade oben einfach. Oh, egal. Dann steh ich einfach. Zeitgleich. Ich denk noch so, oh, wenn ich jetzt Clure absteche, dann kippt mich gleich Powerful. Ich hab nur gesehen, dass du halt das Knife ziehst, um das Clure reinzuhauen. Alter, René. Und in dem Moment dreht sich Powerful und Unruhig angegelt auf das Land rein. Alter, René, ohne Witz, ne? Ja, bitte. Hast du irgendeine Funktion? Weil die Funktion kann nicht sein, dass du einfach nur an der Wand stehst. Also, Kruza und René, die standen die ganze Zeit nur an der Wand und haben wie in die Wand reingekloppt. Ich wollte eigentlich die Erleuchtung bringen, wenn wir mit dem Rocket Launcher da mal eben kurz nicht waren. Ich hab halt einfach ein Bild gemalt, aber... Bild gemalt. Wir sind hier nicht bei Sketch League. Chantau, ich mach auch noch dir. Lass mal zusammenarbeiten. Ich würde dich. Mach Sketch League aber auch. Pass mal, jetzt sind wahrscheinlich Chantau und Chlor beide Traitor. Ja, wahrscheinlich schon. Der macht ja wieder so'n scheiß Troll. Wir sind ja noch nicht einmal Traitor gewesen, deswegen vertraue ich ihm am meisten. Außerdem ist Chantau der einzige, der hier clever ist und zuhört. Könntest du hier tausend beim Parry schreien und sterben? Ich hab Klör gemutet. Rät der noch? Rät, alter. Ich könnte ja erst Klör mithönen, wenn Chantau Traitor ist. Alter, Chris. 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 Was? Du Dreck-Sau, alter. Ich bin extra in die Küche. Ich bin extra in die Küche. Ja, ja, in die Küche, um dir Messer zu holen in der Küche. Hallo, Klör. Na? Die Sofa-Bretter, die Sofa-Bretter. Klör, wie geht's dir? Sofa-Bretter. Gut, und dir? Wie er da hinterm Tresen ist. Chris? Ja, ich hab da nur sehr blockiert. Ich hab da Disco hingeschrieben. Ist der gestoppt? Oh mein Gott. Geh mal weg hier. Lass mich mal raus. Nein. Lass mich mal bitte raus. Jan wurde die Musik auf deinem Keller. Wer war das denn jetzt? Hat das jemand gesehen, wer Marvin gekillt hat? Das war ich. Einem Klon. Hm. Bist du Trader oder was? Ja. Der Kronleuchter kam gerade runter. Ich bin Trader. Ich hab Trader getrillt. Chantau, Safe-Call, du warst das. Safe-Call, du warst das. Magneto-Stick. Du warst das, hundertprozentig. Du warst der, du bist der Einzige mit Klör, der hier unten war. Der Einzige. Du musst das gewesen sein. Ja, aber Marvin war nicht in der Nähe von den Kronleuchtern. Ich hab gesagt, der kam dann hinter der Kronleuchter. Ja, aber du warst dann, ich hab dich gesehen, wie du aus diesem Haus da rauskamst. Der ein Messer ist deine Hüfte. Also für mich, für mich ist es Chantau. Und wenn es Chantau ist, dann ist es auch Kruza, weil der den Schutz nimmt. Ich hab nur gesagt, dass Chantau bei mir rum auf dem Boden war. Ich sag dir, ich halte mich fern von Kruza und Chantau. Ich trau den beiden nicht. Nee, nee, du brauchst halt nicht wundern, ich hatte den Haar-Scanner. Ich kann sowas benutzen. Jan? Also ich sag dir, das ist fucking Chantau. Nein, ich bin's wirklich nicht. Ich baller dich nicht um, aber ich glaube, dass du's bist. Ich hab den Kronleuchter nicht aktiviert. Du warst mit... Du warst mit... Oh mein Gott. Der ist an der Leiche vorbeigelaufen. Alter. Alter, du... Ich kann ihn nicht mal identifieren. Hä, du bist an der... Du warst schon viel weiter. Du hast auch mich geschossen. Du warst schon... Oh mein Gott, Alter. Marvin down. Marvin down. Marvin hat Kruza gekillt. Ich hab Marvin gekillt. Das war... Es war Kler. Es war Kler safe call. Er hat noch 9. Ja, Kler's Twitter, das ist das Alter. Chris, komm hier raus da. Komm raus da. Der ist da irgendwo. Der sitzt hier... Hier oben in dem... Oh Gott, Alter. ... What? Alter, ich hab 1 HP. Hohoho. Mee! Hab ich getroffen? Glaub nicht, ne? Ne, hab ich nicht. Oh mein Gott, ich wollte dich nicht... Ich hab Marvin gekillt. Ja, Alter. Ich hätte echt gedacht, du warst es schon. Ich war es ja auch. Ach, du warst es auch? Du hast auch die Krollleuchter runtergehauen? Nee, den Krollleuchter hab ich ja echt gemacht. Hä? Hast du Marvel-Aktik geschlagen? Hä? Indem du uns den geneifest hast. Wenn du geneifest, dann bist du halt Midi-Range und dann lässt du die DNA auf dem Über. Achso, okay. Weil das Komische war halt, hä, aber du warst doch schon tot, als die Krollleuchter runtergekommen sind? Eigentlich schon. Hä? Als du tot... Klar! Du warst tot? Nein, ich hab die Krollleuchter runtergeschossen. Ja, richtig. Nein, ich hab die Krollleuchter von oben an gemacht. Der Marvel, Alter, die alte Dreckstau. Quartal, kaufst du etwa? Kaufst du? Ja, ja, ja. Also, Piric, ich fand das schön, dass du eine Krollleuchter auf ganzem Ende. Obwohl der der erste war, der tot ist. Hä, wie? Ja, Marvin habe ich geneigt an einem Knife. Ja, ich dachte, es war... Ja, sorry, ich dachte, es war Marvin, aber es war Schatau, den ich umgebracht hab. Ich hab Marvin getötet, ich hab Marvin getötet. Ich hab Marvin getötet, ich hab Marvin getötet, ihr Schweine! Alter, Mann. Ey, ohne Witz, ich denk immer, wenn der Clir schreit, Alter... Du weißt, du kennst das Sprichwort, ne? Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Alter. Alter, ohne Scheiß, ey, ich glaub dir nix mehr. Du kannst so viel rumbrüllen, wie du willst, Alter. Hallo Christian. René, warum bist du gehört? Hast du den Knacken gerade nicht gehört? Nee, hab ich nicht. Der Runde fängt an und nach fünf Sekunden Schrett gehört. Moment mal, Jan ist Detel, da sterben gleich wieder Indos. Oh Gott. Alles und jeden ab. Alter, fertig, lass mich durch. Okay. Ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst. Hat nur gesagt, lass mich durch. Chantau? Was bin ich durch? Oh Gott, Alter. Mitten im Satz immer dieses Abbrechen, Alter. Einmal abbrechen. Chantau? Alter, rett mich doch nicht hinterher. Geht mal weg, Alter. Weg, Chris! Chris! Chris, geh weg von mir, Alter. Geh weg, 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 weg. Alter, ich will hier nicht gucken. Raus! Raus! Alter! Mann, geh dann... Nimm deinen Scheißfarbenblindarsch weg. Alter, geh doch mal weg von mir, du fette Sau! Hör doch mal auf, das Licht auszumachen! Meine Fresse, Alter, der hängt mit seinem... Flair-Arsch in meinem Gesicht drin. Oh, oh mein Gott! Chris, Chris, Chris! Wieso machst du immer da nicht aus? Immer dieser fucking ganze Entertainment, Alter. Alter, was bist du für ein Date, Mann? Wirklich! So, stopp, Chris. Wir machen einen Fight, okay? Komm mal her. Ah! Okay, da ist gleich umgefallen. Nee, da ist gleich gleich umgefallen. Boah! Haben sie ihn? Boah! Besser! Alter, löse es! Deine... Ey, 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 ey! Boah, Boah, Boah! Hä? Da liegen Träte in dem Scheiß... Klör ist Träte da gewesen, nice. Aufhol ist tot. Ist er gestorben? Oh, Marvin. Oh. Pass auf Marvin auf, der könnte sein. Na, ich wollte gerade sagen, der hat sich, glaube ich, wenn dann die Punkte geraten vom Perikus nicht. Ist Marvin? Hey, du hast einen Leicheaufgang, Klör? Woher willst du das wissen? Ey, guck doch mal, du siehst das in einem Flur. Im Flur? Der ist im Bad. Hallo, stopp. Ja, guck mal, da sind ganz... Die Runde läuft noch. Da sind diese Seile. Ne, die Runde ist vorbei. Ey, die Runde ist vorbei, du Nase. Doch, komm schon. Bei mir packen die Seile durch. Nein, bei mir... Da sind keine Seile. Bei mir sind die durchgepackt. Aber der hat doch immer einen Leicheaufgang. Ich hab ihn feinsäumelig im Bad aufgehangen. Den René. Ich hab ja nachguckt. Ich hab ja nachguckt. Und er knallt mich, obwohl er noch nicht mal da war. Einfach erst mal weg. Ja, klar. Ich hab die Seile durch die Wand gesehen. Ja, mega assi. Siehst du denn beide... Die Seile durch die Wand? Der Jan, Alter. Wirklich. Der ist wirklich so... Der perfekte Dete, Alter. Ja, hä? Blockt erst mal die Innus weg, Alter. Ich bin dreimal Dete geworden, diese Runde. Na, jetzt bin ich mal Dete. Jetzt hol ich den Revolver raus. Jetzt nix sich keiner mit mir an. Weg hier. Ich wollte eigentlich gerade... Ich wollte eigentlich schon eins aufheben. Klar. Einfach die Shotgun wegstippenst. Ja. Das ist bei mir einfach... Klar. Einfach von den Augen. Komm her hier. Hier. Ran an Meter. Ran an Meter. Nein. Soll ich mit Scout schießen? Ja, mach mal. Bück dich. Bück dich. Alter, hör mal auf. Ich bück mich. Komm, ich sind da. Komm, du hast... Komm ran auf den Meter. Ja, dann geh ich. Ja. 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 Ah, ich... Komm ran auf Meter. Komm nicht zu da. Ja. Sag mal, wie so waren René und Pauch wohl eigentlich hier oben zusammen aufm Klo, ja? Ja, weil... Hast du nicht... Zünder! Oh mein Gott. Was? Alter. Hör auf damit, Alter. Das kannst du nicht machen. Ich hab's eigentlich schon killen, ne? Ja, eigentlich schon, Alter. Der brüllt einfach Zünder. René, geh mal bitte weiter weg. Kriss, du lässt mich schon hin. Das war auch so gut. Hä? Pauch will man in uns? Ich will mal killen, René. René, gell? Du hast den Bescheid. Ja, call einfach Ruf. Zünder! Zünder! Alter, Powerful! Warte mal, ich hab... Wo ist das Schein? Ah, sorry. Fucking Powerful, Alter. Weißt du? Er macht's halt... Er macht's halt einmal und dann macht das nochmal, Alter. Ja, ja, ja. Warum machst du denn hier oben in den Raum eigentlich? Wer hat da eine Bombe gelegt, Mann? War das denn mit Cruiser? Warum wurde Cruiser gekillt? Ja, Marvin ist tot. Warum ist Marvin tot? Ja, ist klar. Wer hat Cruiser getötet? Ich. Nein, Marvin hat den getötet. Marvin hat den... behindert? Hier pieptet, hier pieptet. Geh weg. Clear? Clear? Ja, ich bin der, der immer... Hey, nee, lass mal hier hin. Lass mal hier hin gehen. Hier hin. Ich bin's nicht. Clear? Ich bin doch... Chris oder Chantau? Ich hab Cruiser getötet. Nein, hast du nicht... Alter, hast du nicht... Hast du nicht Clear? Marvin und Cruiser haben... Ja, und Marvin hat den confirmt, also. Marvin wurde doch abgestochen. Nein, Marvin hat den confirmt, Clear. Ist nicht. Ja, klar. Also, es ist Clear, Clear. Oh mein Gott, hinter uns! Chantau? Chantau, bist du es? Wenn du Eno bist, ist es Chris. Dann ist es Chris und Clear. Naja, das ist auf jeden Fall Clear. Clear ist definitiv. Chris und Clear dann. Bei Chris bin ich mir nicht sicher. Ja, könntest du... Naja, ne, weiß ich nicht. Ne, da bin ich mir nicht sicher. Ne, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Clear. Das ist safe. Chris? Ja, Clear oder? Ja, was ist? Mann, Alter, was ist das für ein Schul? Weg mit dir! Der blockt mir hier die Seele raus. Seele. Wäre ich grad gestorben? Keine Ahnung. Okay, gut. Mann, nach dem, nach dem Baby Rage zufolge. Ey. Oh mein Gott. Töte Chris erstes. Ja. 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 Ich hab nur wieder... Weißt du, einfach keine lieblingsgeilen Witze bringen. Wenn man ja sagt, lachen alle. Ja, 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 ja. Merde. Boba, Boba, Boba! Boba, 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 wow! Wow, 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 wow... Woh, wow, wow, wow... Ha 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 ha! Outplayed, alter! Out-fucking-played, ey. Holy shit. Korkmak bir çeşiyomu.